Dankeschön. Wir möchten nochmal ganz herzlich die Damen begrüßen zum letzten Abend dieser Weltmeisterschaft im Feldbogenschießen. Wir möchten euch nicht nur begrüßen, sondern vor allem beglückwünschen für so ein gigantisches Event. Vor allen Dingen an die Organisatoren, die wirklich professionelle Arbeit geleistet haben. Dann an die vielen Helfer, wie ich gehört habe, das Darm fest zusammengehalten hat und dass ganz viele freiwillige Helfer hier waren. Ohne Helfer gibt kein Fest. Herzlichen Glückwunsch an die Borgenschützen und an die Weltmeister, die frischgebacken sind. Und natürlich auch ans Publikum, da man sieht, wenn jedes so ein gigantischer Event stattfindet, dass das auch vom Publikum honoriert wird. Man sieht das an der Besucherzeit, die während der Weltmeisterschaft präsent waren. Und wir beglückwünschen euch wirklich hier zu. Und heute, ihr habt es geschafft, die Organisation, die Weltmeisterschaft ist fast vorbei, aber nur fast. Vorher müssen wir mit euch noch rocken. Viel Spaß! Good evening, Doug. Good evening, W.A.F.C. We hope you had some great times here. Let's rock roll. Thank you. 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 Are you by the stars? You had me down. That's what you want to say. It's not up to you. You don't shine your hair. You shake my fist. You're not going to do it. I've got it great. And I've got it good. I'm trying to try to give me the news. I've got a black case of love in you. Don't please try to cure my hair. I've got a black case of love in you. I've got a black skin.